So und da sind wir schon wieder bei GTA Online oder eher gesagt Armageddon Online. Nehmen wir mal hier diesen Möchtegern-Mini-Wagen-VW oder was sein darstellen soll. Auf dass ich noch mehr Kopfgeld bekomme. Oh Heideltraut, er kann zu hier nicht fahren, muss aber von so her weghauen. Ich habe hier irgendwie einen Panzertrend ausgelöst. Heidi, was ist denn mit dir los? Oh, die knallen mich hier ab, ey, ich bin gleich im Eimer. Boah, die fährt Tobi um, eiskalt. Ich wollte einen 6-1-6 noch mitnehmen, aber irgendwie hat er sich umentschieden, er wollte wahrscheinlich nicht direkt wieder bullen. Wer sitzt denn da vorne jetzt mit drin? Immer noch die Eichen, ne? Heidi, ok. Was geht ab hier? Oh, Sarapos ist wieder da. Oh Gott, komm schnell rein, los, heidi. Ja man, ne, bleib neben mir. Komm, mein Juter. Alter, hier kommt es nicht mehr klar, ey. Überall sind die Bullen und ich habe hier ein Radio. Überall stehen Bullen auf Straße, ich sehe ein richtiger Volksfest hier. Oh, also die Kops suchen uns auf jeden Fall auch überstimmt. Da sind sehr viele Verluste, ich nehme. Boah, ich fliege ne Bullen, ey. Die fahren teilweise schlimmer als wir, ey. Oh Gott, was ist das? Ich hätte zu pumpen, mir hätte es nicht so gut gemacht. Oh, Heidi. Ach, ey. Oh, oh. Warte, das spricht dein Ding, fährt das nicht mehr? Ja, doch, aber der qualmt schon. Ne, irgendwer raucht vorne, Alter, ja, ne? Und zu mir sagen, ich kiffe, ja, und beide vorne am Steuer qualmen wie sonst was, ey. Ah, die Reifen sind im Arsch von denen. Na komm, das ist voll. Ne, das wird nichts mehr. Ich könnte jetzt den Kopf schon mal weg. Geht ein bisschen. vorsichtig vorsichtig das ist ja übertrieben aber respekt dass das ding noch hält und dass er immer noch damit her war überlebenskampf im feuerwehrwagen ja challenge wollten sie doch haben los heidi gibt es um uns herum alle kopfgelb und der eine alter blockiert alle anderen was das war doch perfekt wieder ab geht der feuerwehrwagen gerade der ist fast aufgelandet das ist ja nie vor speed mouse warnte gut gerade rennen gefahren jetzt die bullen abhängen bei der vorliegenden vorliegenden übersteht so ein männeken die ganze zeit auf der straße ich fahre mal rüber komm fahr zum flughafen ich fahre mit einem schauber oder so und ich titan das kleine auto das noch fährt das ist auch ein wunder ich habe jetzt mal einen wegpunkt für ihn gesetzt damit er zum flughafen fährt und er macht es ja auch das ist sehr nice nein nicht so schnell das war oh glücker wahrscheinlich weil er denkt das wäre einer von denen gewesen krok oder so ja egal ob doch er fährt er jetzt erstmal hin ja 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 am flughafen sind die bullen ganz schön krass ja der hätte auch schon fehler gemacht der hätte da rechts durch den zaun fahren müssen ja guck mal ob ich irgendwie rankomme ja 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 mal vermutlich man es stand mit dem feuerwehrwagen hat auch versorgen nein nein die kupft ARK komm der schaff da der muss man nur ein bisschen rüber Boost oh nein der spiel direkt das geht auf er hat irgend einer sich hier ein Flugzeug gekauft dann geht das ich glaube ich wie geil ist das denn alle in titan ab geht oh ich war jetzt ein titan glitch oh ich hab ein Problem muss mir mal bescheid sagen wird er sich bewegt wir den titan einsteigen der typ konnte nicht bremsen hat die übern haufen gefahren mit der moppel zusammen dann ist das moppel unter feuerwehrwagen gewesen explodiert natürlich das feuerwehrwagen wird weggeholt das war wieder überfälle es ist da losgeflogen ich bin hochgegangen ich glaub du hast Pech ich komme hey ich habe es schnell ab und holland holland bei der kronkrad wegerissen wurde und noch mal weg 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 nicht mich ich habe nichts getan nein Sie reagieren aber nicht, ne, statt der Einsteiger. Wir machen das so, wir fliegen los, wir fliegen da mit dem Titan hinterher, jeder. Das war so ein, ähm, das ist so ein Formationsflug. Oh, hier kommst du nicht weg, ey, das sind so viele Bullen, ne, sie sind auch gerade wieder hochgegangen. Da kriegen wir schon hin, ne, müssen da bloß mal weg. Oh, ich weiß jetzt schon, wer alle kapiert, der Tod ist vorprogrammiert, Leute. Ja, also, jetzt gerade auf der Zeit. Das war so ein Bruchpilot. Ach du Scheiße. Er hat sich das Kopfgeld geholt von zwei Leuten gleich, ach von dir ja auch, ja. Mies, der hat erstmal 18.000 kassiert damit, was? Yo. Christ! Hier ein Auto zu bekommen ist schwieriger als alles andere im Moment. Braucht die Pandoria an uns vorbei. Und ich hab immer noch kein Auto. Hier kommt aber auch nix. Da steht eins, sehr schön. Was haben wir denn da? Loll! Sieht man auch nicht ganz so oft. Bam! Brauchen keinen Schlüssel, unser Schlüssel ist die Hand, Finger ins Zündloch. Hahaha! Ich hab mal was auf Wohlstein. Fettig! Ist der Rettig! Und Radio natürlich wieder aus! Muss ich mich ja echt angewöhnen, halt auszumachen. Ja komm Sarasa, ab in den Titanen. Los, beeil dich! Jawoll, rein hier! Probinator, komm rein hier! Oh, welcher Idiot! Ist doch da das Ding blockiert! Currywurst, Alter! Ich hatte heute Currywurst zum Mittag. Wieso hab ich einen Stern bekommen, ihr habt nix gemacht. WAHAHA Ich hab den bug- Oh, Max. Ja ja. Ich hab die gespielfehlert. Wir haben die alle weggeglitscht. Da sind drei Flugzeuge nochmal gespawnt. Das ist nämlich das Problem, wenn ihr ja, sobald ihr das eine bewegst, ne, und dann gleich wieder der nächste. Der kommt jetzt nicht mehr rein. Nein, das will ich haben, nein, nein, bitte, wer willst du denn, Curry, komm bitte auf. Egal, ich hol mir den Luxor. Gumminti-Tamma. Mit dem Bug ist so geil, ne. Bin jetzt gleich wieder fahren, ey, und ich da hinfahre, aber ich versuche, ne. Ich steig erstmal mit Tobi hier ab. Da bin ich. Da bin ich. In den Luxor. Nein, Tobi. Nein, Tobi. Okay. Vielleicht passiert's. Nein, Tobi, was machst du? Nein, ich will doch auch in den Titeln. Da ist noch einer. Ha. 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 Du bist jetzt auf den Arsch gesetzt. Na, beim Land. Oh. Oh. Du bist jetzt schnell rein hier. Ha. 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 Nein, nein, der Wuhle erschossen sei. Ha. 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 Du musst rechts an dem Bullenwack vorbei. Oh, 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 oh. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Wir müssen raus, wir müssen raus. Oh, hey, you're in trouble. Hm, okay, I'll deal with it. Ha. 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 Wie viele Copcaster stehen. Wie soll man denn da rausfahren ohne... Ha. 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 Kommt immer irgendeiner hierher mit Stern, wa? Und dann ist wieder Arschkern. Ha. Und du hast keiner, ja? Ich hab jetzt auch grad keiner. Lass mal hier. Heidi kommt auch. Dig erstmal los. Und dann landest du da hinten irgendwo nochmal. Weil hier vorne im Hangar ist voll blöd. Weil wenn die hier vorne... Ich, nicht, nicht nach links nach links. Oh. Alter. Oh, klar. Ha. Kleines Stuntflugzeug. Ha. Vorsicht. Ha. Ach, was hier los ist am Himmel. Ha. Wo sind die eigentlich... Oh, guck mal da hinten. Warte. Kannst du mich mal überm Hangar ab... Äh, nochmal... Kannst du mal zum Hangar fliegen? Ich will abspringen und mich auch nochmal Titan holen. Ha. Ha. Oh nein, nein. Boah. Hey, mach mal dein Headset wieder rein und raus. Ich glaub, das ist schmack krass. Pfff. Ja, das... Geht jetzt? Achso. Ja, das meine ich mal... Keine Ahnung, weil dann ist... Wow! Ey, das ist gefährlich, ey. Das ist ja wie auf dem Highway hier. Guck mal. Guck mal. Achso, ich dachte schon, das ist ein Strömungsabgriff. Wie sind die anderen alle? Ja, das ist mal hinten am Hangar. Ich sprich doch gar einfach ab. Ja, warte. Dann dreh dich mal ein Stück. Geh raus, ja. Geh. Bitte nicht in die Rotorplette. Ich versuch grad den anderen. Alter. Ja, 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 ja. Wie geil das ist ja ümmellos, ey. Oh! Vorsicht! Ich bin hier ein... ...sehr gefährlich unterwegs mit einem Fallschirm. Haha. Wir fliegen nach vorne, ey. Oh, irgendein hat hier den Kampfjet. Der hat jetzt die Qual der Wahl getötet oder erleben lassen. Alter, Heidi, du... Fuah. Er hat mich gekillt, ey. Ach, ich dachte, der wär noch bei mir im Flieger drin. Nee, der ist als erstes gleich abgesprungen, weil der will sich auch einen eigenen holen. Was sind die ja hier alle? Boah, wie ist das? Haha. Haha. Jetzt müsst alle so ein Kampflugzeug haben, so einen alten, ey, mit Minigun-Motoran, ey. Toll Hammer hier. Gucken, ob ich schnell gucken kann, wo sie treiben sich eigentlich Gronko und so rum. Technobi, Turbinator, Pandoria. Ach so, die sind in denen drin. Dann gehen wir die mal besuchen. Ja, ich muss mir nur mal hier irgendein Gefährt fit machen. Und dann bin ich auch dabei. Oh, das ist ganz knapp, was die da grad machen. Das ist auf jeden Fall knapp. Oh, du Scheiß. Oh, da stört's grad einer. Bam. Boah. Wie laggy das rauszufinden. Boah, ihr habt den einen voll hinten getroffen mit meinem fetten Flügel. Toll, jetzt steht da wieder alles zu. Das wird... Das kommt er doch gar nicht mehr raus. Gar nicht nur mit dem Kampfjet. Wir hatten die Limo. Alter, lass mich mit rein. Wie viele Flugzeuge hier sind, ey. Darab du hast nicht ne Limo fit gemacht, ey. Geil. Das ist schon krass, ey. Ich komm hier echt ein bisschen in den Teil her, ey. Das mit so nem riesen Flieger, ey. Mit dem, dem Jet. Ja, da STEFET! Dann hoffen wir mal, dass nix Großartiges passiert hier. Da wohin? Denn es ist mal wieder Folgen Pause! Bis zum nächsten Mal! O euer Onkel! Tschölo!